Willkommen zum ersten Relife-Podcast. Dieser erste nicht CSGO bezogene Podcast hat folgendes Thema. Und zwar qualitativ hochwertige Videos. Gute Videos. Also was heißt gutes Video? Was ist das überhaupt? Wie definiert man das? Und gibt es dafür Indikatoren? Und wenn ja, welche? Also woran erkenne ich, ob jetzt ein Video auf YouTube gut ist oder nicht? Fuck, ich muss gerade laufen, sonst guckt ihr die ganze Zeit nur in ihm. Aber es geht auch gerade voll bergauf. Also das zählt jetzt nicht. Ich fühle mich voll affig. Es sieht aus, als hätte ich ein Gewehr, in das ich reinspreche. So ungefähr sieht das von weiter weg aus. Also zuallererst sollten wir mal festlegen, was gut heißt. Beziehungsweise wie wird gut definiert. Egal auf was bezogen, egal auf Videos oder Kartoffeln. Wer definiert, ob etwas gut ist? Das machen Menschen, ein Großteil der Menschen, der überwiegende Teil von einer Gruppe auf einen gewissen Ort bezogen, der legt fest, was normal ist, was gut ist, was schlecht ist und so weiter. Nur um das schon mal abzuklären. Es gibt, wie wir alle wissen, nichts von der Natur festgelegt. Was jetzt gut oder schlecht oder sonst was ist. Es gibt einfach Dinge und Taten und die bewerten wir, wie wir wollen. Und so ist es auch bei den Videos. Wir gucken uns Videos an und sagen, wow, das ist gut oder oh, das ist schlecht. Jetzt ist erst mal die Frage, die das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat, also diesen Podcast, die Idee dazu, kann man außerhalb von einem Video erkennen, ob es gut ist, ohne es zu schauen. Das Ganze kam mir in den Sinn, denn im Let's Play Forum, ich denke, viele von euch kennen das, ist halt ein Forum mit Creatern bzw. Let's Playern, die sich da austauschen. Ziemlich fettes Teil, also zigtausende von Usern. Da kommen immer wieder diverse Überlegungen, unter anderem die Frage, soll ich meine Abonnentenanzahl aus- oder anschalten? Man kann das machen auf YouTube, man kann den Abonnenten-Counter einfach ausschalten bzw. unsichtbar machen. Kein Zuschauer, kein Außenstehender weiß dann, wie viele Abonnenten man hat. Und vor kurzem ging die Frage noch weiter und zwar, wie fändet ihr es, wenn man die Aufrufe ausschalten könnte? Da gab es hitzige Diskussionen und das hat mich auch zu dem Podcast bewegt. Wie wäre das eigentlich, wenn man keine Aufrufe mehr sehen würde, also als Zuschauer? Der YouTuber, der Creator sieht, was seine Aufrufe so machen, aber so an sich könnte man Klicks eigentlich ausschalten, oder? Also erstmal an der Stelle direkt, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Wie fändet ihr das? Was heißt das dann für euch? Bleiben wir erstmal bei dem Thema Aufrufe. Sagen Aufrufe über ein Video aus, ob es gut ist oder nicht? Das war ein Punkt, den viele Ad-Hoc geschrieben haben. Ja, vielleicht soll ich dann wissen, ob ein Video gut ist und so weiter. Die wurden dann zwar recht schnell gemaßregelt, aber der Gedanke ist zuerst mal in den Köpfen und ist auch der, der direkt damit assoziiert wird. Aufrufe und Qualität. Wenn man sehr einfach und schnell darüber nachdenkt und vor allem nicht in der Materie steckt, könnte man tatsächlich meinen, dass Aufrufe Qualität zeigen. Also, dass ein gutes Video gut geklickt ist und ein schlechtes Video schlecht geklickt ist. Wenn man sich aber selbst ein bisschen damit befasst, selbst zum Beispiel Creator ist oder sich eben einfach informiert, dann lernt man schnell, dass Aufrufe nicht wirklich viel mit der Qualität zu tun haben. Es gibt sehr viele schlechte Videos, die extrem viele Aufrufe haben. Es gibt sehr viele gute Videos, die ganz wenig Aufrufe haben. Und natürlich gibt es auch passende Aufrufzahlen. Schlechtes Video, schlechte Aufrufe, läuft. Wenn man sich darüber genauere Gedanken machen möchte, muss man zuallererst bedenken, dass man Aufrufe bei einem und demselben Video Ich glaube, ich gehe jetzt da hoch. Dass man Aufrufe bei einem und demselben Video sehr leicht beeinflussen kann. Also als Creator im Vorfeld. Ich könnte zum Beispiel ein Video machen und das hochladen und in 14 Tagen nochmal hochladen, dasselbe. Bei dem ersten Upload des Videos würde ich Thumbnail und Titel technisch einfach so arbeiten, wie ich es immer mache. Und bei dem zweiten Upload, der halt dann eine Woche später oder zwei Wochen später ist, würde ich ultra auf den Bait gehen. Also richtig krass. Titel und Thumbnail, alles rausbaten, was geht. Also ködern. Die Klicks ködern. Wir gehen in diesem Beispiel... Meine Haare fliegen davon. Als hätte ich ein Toupé. Schi. Wir gehen in diesem Beispiel davon aus, dass die Leute nicht negativ dadurch beeinflusst sind, dass das Video schon wiederkommt. Den Fakt schließen wir einfach. Als hätte man Gedächtnisverlust. Das erste Video hätte jetzt auf meinen Kanal bezogen wahrscheinlich nach einer Woche, sagen wir mal, 300 bis 800 Aufrufe. Das zweite Video, wenn man richtig schön baitet, kann locker 5.000 bis 50.000 Aufrufe haben. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Obwohl es dasselbe Video ist. Die Qualität des Videos ist also genau dieselbe, aber die Klicks sind fundamental unterschiedlich. Alleine dieses Beispiel hebelt bereits... Diese Aufrufe ist gleich Qualitätsfrage, komplett auseinander. Natürlich gibt es Aspekte, die das trotzdem noch verbinden, wie zum Beispiel, oh, ein gutes Video wird vielleicht öfter geteilt, weil es geil ist und jemand sagt, guck dir das an. Und dann hat es mehr Aufrufe. Aber das Gleiche passiert auch mit schlechten Videos. Das kennt ja jeder. Guck dir mal die Scheiße haben, was der da macht. Wahnsinn, oder? Und dann schickt man das seinen Freunden und alle so, ja krass, Mann, was ist das für ein Idiot? Und dann generiert das ähnlich Aufrufe. Somit fallen die Aufrufe eigentlich komplett raus als Kriterium für Videoqualität. Die fallen im weiteren Verlauf des Podcasts sogar noch viel mehr raus. Aber bereits jetzt bröckelt die ganze Schose. Dann könnte man natürlich sagen, ja gut, ich kann ja nach den Likes gucken. Oder den Dislikes. Nach diesem Verhältnis eben. Bei mir hätte das erste Video, das nicht gebatet ist, sondern eben ganz normal von mir betitelt und bethumbnailt wurde, hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, nach einer Woche 40 bis 100 Daumen nach oben. So, ihr wisst, unser Like-Dislike-Verhältnis ist ziemlich krass. Also wir haben manchmal auf 100 Likes keinen einzigen Dislike, aber ab und an ist doch mal einer dabei. Darum sage ich jetzt einfach, nach einer Woche hätte das Teil 100 Likes und 3 Dislikes. Das andere Video mit den, um es in Zahl zu nennen, 38.000 Aufrufen, hätte wahrscheinlich auch 100 Likes, aber 4.000 Dislikes, weil die Leute sich verarscht fühlen. Was wiederum nicht für die Qualität spricht, sondern die Leute sind erbost, sind schlecht gelaunt oder sind einfach sauer, weil man sie gebatet hat. Sie klicken auf das Video, weil sie was Spezielles erwarten, aber die Erwartung wird nicht erfüllt. Sie sind sauer und drücken auf Daumen runter. Das hat dann wieder nichts mit der Videoqualität zu tun. Auch die Likes sind nicht zwingend auf die Qualität bezogen. Viele Leute liken ja, weil sie den YouTuber toll finden, weil sie ihn unterstützen wollen, aber nicht, weil das Video gut ist. Also fallen die auch weg, diese Likes und Dislikes. Um es wirklich sagen zu können von außen, oh, das ist bestimmt ein gutes Video. Es gibt auch noch ein recht einfaches Beispiel, das schon ein paar Mal getestet wurde, und zwar wenn irgendein großer YouTuber, ein riesen YouTuber, sich jetzt einen neuen Kanal machen würde, unter anderem Namen, beziehungsweise wir davon ausgehen, dass es jetzt zum Beispiel Gronkh oder Hand of Blood, wir gehen mal von Hand of Blood aus, ich denke, ihr kennt alle Hände. Gehen wir mal davon aus, es hat ihn noch nie gegeben auf YouTube und er macht sich heute einen Kanal und lädt heute ein Video hoch, das so ist wie seine anderen Videos auch, so richtig bombig geil. Was schätzt er, wie viele Aufrufe das hätte? Nach einer Woche. Leider ist die Zahl dann wahrscheinlich noch nicht mal dreistellig, vielleicht 20, 30 oder sowas, weil ihn ja keiner kennt. Das heißt, es weiß niemand, dass da eine Perle ist, also eine Videoperle. Es weiß niemand davon. Er macht dann ein paar Wochen Videos und natürlich sammeln sich dann auch solche Kommentare an von Leuten, die sich dahin verirren, die dann sowas schreiben wie, Wahnsinn, du hast gerade mal 50 Abonnenten, aber machst Videos wie ein Großer. Aber die Zahlen, wie auf dem Hauptkanal, beziehungsweise auf dem hypothetischen Hauptkanal, der ist ja in dem Fall nicht vorhanden, weil er ganz neu anfängt, die sind natürlich nicht da, weil es keiner weiß. Keiner weiß, dass da gutes Zeug rumliegt. Um zurück zum Thema zu kommen, an den Aufrufen kann man schon mal nicht erkennen, ob ein Video gut ist. An den Likes auch nicht wirklich. Der einzige Weg, um wirklich zu erkennen, ob was gut ist, ist es sich selbst anzuschauen. Logisch. Beziehungsweise mit Leuten zu sprechen, die das Video gesehen haben. Also kurz, um in die Kommentare zu gucken. Da kann man wiederum sehr gut erkennen, wie gut ein Video ist, ohne es gesehen zu haben, weil es andere schon gesehen haben und beschrieben haben oder beschreiben. Hier bläst übrigens echt ein Wind. Ich hoffe, dass das Mann mich hört. Da ist so eine kleine Kappe drauf auf dem Mikrofon, aber nicht so ein Cat. Ich weiß nicht, wie das, was den Wind verinhaltet. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe da von zu Hause auch eins liegen, aber das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich laufe einfach rückwärts und blockiere den Wind. Gleich falle ich irgendwo runter. Ach, da wisst ihr was? Ich gehe da vorne lang. Scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob ihr die Schüsse hört. Habt ihr das gehört? Hier wird geschossen wegen den Vögeln, also wegen dem Wein, damit die Vögel die Träubchen nicht fressen. In den Kommentaren kann man sehr wohl herauslesen, ob ein Video gut oder schlecht ist. Natürlich ist es da auch wieder nur die Meinung von einer Gruppe, aber so funktioniert eben gut und schlecht. Eine Gruppe entscheidet, ob was gut oder schlecht ist. Es kann nicht einer entscheiden oder zwei oder drei. Es ist einfach die Gruppe von Leuten, die das Video gesehen haben. Und je nachdem, wie die gestrickt sind, bildet sich dann eben die Meinung über die Qualität des Videos. Es gibt auch, ich sage mal, eine universelle oder zumindest eine weltliche Generalvorstellung von guten und schlechten Videos. Es fliegt so ein fetter Carrier über mich drüber. So klingt es zumindest. Es ist voll bewölkt, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich euch auch mal umdrehe. Ich gebe euch mal kurz eine Rundumsicht. Also ist jetzt voll wackelig, das ist kein richtiges Stativ, das Ding. So, wartet. Hallo. Fuck, was habe ich jetzt gesagt? Und zwar fallen in diese weltliche Qualitätsanschauung oder universelle Qualitätsanschauung von Videos zwei Hauptbestandteile rein. Videoqualität und Audioqualität. Da kann man feste beurteilen, ob ein Video gut ist oder nicht. Wenn man fast nichts erkennt, weil die Kompression so schlecht ist, weil es so schlecht gerendert wurde, weil er einfach mit einem Toaster irgendwas aufgenommen, dann hat das Video eine schlechte Videoqualität. Und mit dem Sound ist es ähnlich. Wenn man mit einer Kartoffel seine Stimme aufnimmt, dann wird es schwierig. Wenn man fast nichts versteht und so weiter. Wenn jemand halt eben so ein ultra billig Mick hat und sich das in den A steckt und dann was spricht, dann ist es schwierig, ihn zu hören. Das sind diese zwei universellen Dinge, wo man wirklich sagen kann, oh, das ist aber schlechtes Video, man hört ja gar nichts, man sieht ja gar nichts. Außer es ist Teil des Videos, das würde dazugehören. Wissen Sie, so ein Data-Moshing-Video oder sowas, da ist es dann Teil davon, eine Art Kunstform schon. Aber wir gehen davon aus, dass es jetzt halt irgendein Gaming-Video ist oder irgendein Musik-Video oder sonst was, in dem man eigentlich möchte, dass man den Sänger gut hört. Nicht, dass er klingt wie mit einem Blatt vom Mund. Das sind feste Größen. Alles andere eben nicht. Um jetzt ganz zurückzukommen, zurückzurollen auf diese Frage mit den Aufrufen und so weiter, ob man die wegschalten sollte, würde ich persönlich sagen, dass es mir wurscht ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine kleine Veränderung geben würde, wenn Aufrufe nicht mehr sichtbar wären. Zuschauer würden sich vielleicht ein wenig verlagern. Nicht jetzt von ihrem Lieblings-YouTuber-Abkommen, aber das Bilden von Zuschauerschaften würde sich vielleicht minimal ändern. Nicht wirklich großartig, weil YouTuber nach wie vor so funktioniert. Das ist gut laufende Videos. Und das sind extrem wichtige Worte, gut laufend. Dinge, die eben gut geklickt werden, die werden ja vorgeschlagen. Also es ist dann nach wie vor nicht wirklich anders. Aber trotzdem gäbe es, glaube ich, Leute, die anders reagieren würden. Also ich kann euch da einfach ein Beispiel von mir selbst nennen. Wenn es um Kooperation geht mit anderen YouTubern, also mich jemand anschreibt und fragt, ob wir was zusammen machen können, da frage ich dann nach dem Kanallink und schaue nach dem Kanal. Und ich gucke, wie viele Abonnenten die Leute haben und ich gucke, wie ihre Videos laufen. Und dann entscheide ich mich in 99% der Fälle schon dafür oder dagegen. Eigentlich ist es extrem gemein, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie derjenige drauf ist. Und selbst wenn seine Videos halt nur fünf Aufrufe haben, müssen die ja nicht schlecht sein. Natürlich betrachte ich so eine Anfrage auch dann aus anderen Gesichtspunkten. Früher wurde man angeschrieben, da hieß es direkt, kannst du mich pushen. Und heutzutage kann so eine Kooperationsanfrage genau dasselbe bedeuten. Und natürlich möchte ich, so wie der andere, der mich anfragt, auch irgendwas daraus ziehen aus einer Partnerschaft. Und da geht es dann nicht nur um Spaß. Auch um den Spaß, aber nicht nur um den Spaß. Natürlich möchte ich auch irgendwelche positiven Nebeneffekte oder sogar Vorteile daraus ziehen aus einer Partnerschaft. Und wenn jemand mit drei Abonnenten, was mit einem YouTuber macht, der deutlich mehr Abonnenten hat als er, dann ist es extrem einseitig. Dieser Gain, dieses Wachstum, das man vielleicht dadurch bekommt, diese Reichweitenvergrößerung oder Zusammenlegung. Und das ist wiederum nicht fair von dem Fragenden. Also sofern er auf diesem Gain abzielt, ist es halt natürlich nicht fair, jemand ein Riesiges zu fragen, ob er mit einem ganz Kleinen zusammenarbeitet. Ich habe das auch noch nie gemacht. Nicht, weil ich mich nicht trauen würde oder sowas. Aber es ist irgendwie frech, oder? Es fühlt sich frech an. Also ich würde mich frech fühlen und das will ich nicht. Ich dümpel lieber vor mich hin, beziehungsweise wenn es anders herum geht und mich jemand Großes frägt, dann sage ich natürlich nicht nein. Als ich mit John Lee Casper kollaboriert habe, da hatte er glaube ich 30.000 Abonnenten und ich hatte 1.000 oder so. Also ich habe mich gefolgt wie ein Schlawiner, als er gemeint hat, hey, sollen wir was zusammen machen? Und bei Forti war es genauso. Forti hat mich zwar nicht gefragt, also ich bin über Wallin und dann mit Forti zusammengekommen, aber natürlich hatte ich da überhaupt keinen Skrupel dann, dass wir zusammen arbeiten. Also jetzt rein auf den Gain bezogen. Natürlich sind Forti und Johnny Casper auch extrem coole Boys. Also rein privat beziehungsweise auf der menschlichen Basis sind es echt coole Socken. Da gibt es gar keine Frage. Nur dass ihr mich nicht falsch versteht, dass es nur um das Wachstum Aber wenn mich jemand anfregt, schaue ich halt. Und wenn es jemand ist, der ganz, ganz klein ist, dann lasse ich mich davon abschrecken. Auch alleine schon, weil ganz, ganz Kleine eher dazu tendieren, aufzugeben, also aufzuhören. Und dann habe ich einen Partner, mit dem ich ein Projekt angefangen habe und dann sagt er, ich will nicht mehr. Das ist auch scheiße. Jemand, der schon seit 40 Jahren in der Firma ist, wird nicht so schnell gehen. Wissen Sie, wie ich meine? Aber an sich ist es irgendwie unfair. Ich lasse den Leuten ja gar keine Chance. Und viele Zuschauer machen das genauso. Es gibt Leute, ich kenne Leute, ich weiß, dass es Leute gibt, die sind abgeschreckt davon, dass ein Video keine 40.000 Aufrufe hat. Dass der YouTuber keine halbe Million Abonnenten hat. Die kommen irgendwo drauf, sehen diese Zahlen, denken sich, uff, ne. Und dann gehen sie wieder. Das gleiche Verhalten, das ich an den Tag lege, bei Corporations, nur eben auf Zuschauer bezogen. Denn man erwartet irgendwie automatisch schlechtere Qualität. Wenn jemand klein ist, obwohl zwischen den Zahlen kein wirklicher Zusammenhang liegt, er wird einem vorgegaukelt. Man glaubt, es gäbe einen. Es gibt auch leichte Zusammenhänge, natürlich. Wenn jetzt jemand groß genug ist, um ausschließlich von YouTube zu leben, dann kann er viel mehr Zeit investieren in die Videos und somit auch bessere Qualitäten liefern. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass es bei kleineren Automatik schlechter ist. Man muss es sich einfach angucken, um das zu entscheiden. Und das ist letztendlich der Punkt. Man könnte, vielleicht sollte man sogar, Abonnenten und Aufrufe komplett unsichtbar machen für Zuschauer. Natürlich schlägt YouTube immer noch gut laufende Sachen vor, pipapo, bababa. Aber so an sich würde man so vielleicht doch besser Spreu vom Weizen trennen können. Ich glaube, die Leute würden eher Videos schauen, die sie sonst nicht schauen. Wobei man da auch nochmal einen kleinen Zwischeneinschub machen muss und sagen muss, wenn jemand einen YouTuber oder zwei, drei YouTuber gefunden hat, die sie gerne schauen, also sagen wir mal, jemand möchte jetzt Minecraft sehen, Minecraft Let's Plays, dann finden sie einen, egal jetzt wen, egal ob groß oder klein, und das war's. Weitere Bewegungen muss es ja gar nicht geben. Man hat ja dann jemanden, bei dem man täglich vielleicht sogar was schauen kann. Warum sollte man sich nach weiteren Leuten umsehen? Es guckt sich auch niemand nach Fernsehern um, nachdem er gerade einen neuen gekauft hat und der gut funktioniert. Wenn man dann wieder einen braucht, weil der alte kaputt geht oder weil das Thema gerade aufkommt, keine Frage. Man ist gerade bei einem Kumpel und sieht seinen fetten Fernseher und denkt sich, hm, meiner ist winzig. Aber so an sich hockt sich der Autonormalzuschauer nicht hin, jeden Dienstag oder so, und sagt sich, so, jetzt gebe ich mal Minecraft Let's Play Deutsch ein und scroll mal durch. Sicherlich gibt es ein paar davon, aber das sind eben leider die, die die Regel nur weiter bestätigen. Warum sollte man sich auch großartig umschauen? Ich schaue mich auch nicht um, wobei ich auch kein YouTube-Zuschauer bin, also kein richtiger. Ich bin ein schlechtes Beispiel dafür. Kommen wir zum Ende und fassen nochmal zusammen, weil die Kamera gleich voll ist. Gibt es Indikatoren dafür, ob ein Video gut oder schlecht ist? Ja, die gibt es, und zwar die Kommentare. Das sind die besten Indikatoren. Wirklich die aller, allerbesten und vor allem zuverlässigsten. Natürlich muss eine gewisse Anzahl Kommentare gegeben sein. Wenn ein treuer Fan schreibt, geiles Video und es gibt sonst keine Kommentare, schwierig. Ich weiß jetzt keine Zahl. Ich sage jetzt einfach mal, 40 Kommentare oder sowas. Wenn man 40 Kommentare hat und da sagt jeder, geiles Video, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Video. Wenn es halb-halb ist, ist es schwierig. Da muss man natürlich gucken, warum die Leute schreiben, dass es kein gutes Video ist. Es gibt Leute, die einen YouTuber abonnieren wegen Thema XY, also zum Beispiel so ein Storytime-YouTuber, der nur auf Burgen rumläuft und die Leute sind voll fasziniert und geil Burgen und dann ist er auf einmal an Flughäfen. Und dann schreibt halt die Hälfte, das hat mir nicht so gut gefallen, weil es nicht darum ging, was ich wollte. Hat auch wieder nichts mit der Qualität zu tun, sondern eben damit, dass der Zuschauer das nicht sehen wollte, was da kam. Ich bin übrigens echt gespannt, ob das so klappt mit der Qualität und hin und her, mit dem Rumlaufen, mit dem Wackeln, mit dem Mikrofon und so. Ihr habt jetzt halt nicht so viel Natur gesehen oder doch? Ich muss öfter in solchen Hecken laufen, so. Ja gut, und dann steht man, da steht ein Auto. Wir waren bei der Zusammenfassung. Über die Kommentare kann man die Qualität nachschauen. Über die Kommentare kann man die Videoqualität nachvollziehen. Likes, Dislikes und Klicks sind nicht wirklich ausschlaggebend, die könnten auch wegfallen. Genauso wie die Abonnentenzahl. Was ein Video gut macht, bestimmt die Gesellschaft oder die Gemeinde oder wie man es eben bezeichnen will, die das schaut. Ich weiß, für viele Leute ist diese Sache schwierig zu verstehen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Gut und Böse, es ist doch, man weiß es doch und es ist doch ganz normal und hin und her. Aber das sind auch alles nur Dinge, die wir festgelegt haben als normal. Ich habe ja am Ende noch ein kleines Beispiel dafür. Das ist ein ziemlich überzeichnetes Beispiel, ziemlich krasses Beispiel. Aber ich habe ganz, ganz früh in der Ausbildung vor, was weiß ich, mittlerweile zehn Jahren von einem Professor gelernt, dass die besten Beispiele die krassesten und einfachsten sind oder am einfachsten nachzuvollziehenden Beispiele. Auch wenn sie vielleicht schockierend sind. Und das war in Chemie. Der hat Dinge zu Elektronenpaarbindungen gehabt. Das war schon ziemlich krass. Auf jeden Fall habe ich da als Beispiel immer die Kinderschänderinsel. Also wir gehen davon aus, dass es eine Insel gibt, auf die werden Strafgefangene gebracht, Kinderschänder. Da werden meinetwegen tausend abgesetzt, also tausend Kinderschänder. Und dann fahren die Schiffe wieder davon. Auf der Insel gibt es aus irgendeinem Grund auch Frauen. So ein alter Stamm, irgendwas. Und die bandeln an und vermehren sich. Und man lässt die Insel 300 Jahre so, wie sie ist. Und dann kommt man hin, als Gast von außen, extern, und bucht ein Hotel und bekommt direkt ein Kind dazu. Und dann sagt man sich, seid ihr behindert? Was ist mit euch los? Hier gehören doch alle eingesperrt. Und die gucken dich dann an und sagen, das ist ganz normal hier. Dann bist du dort, der, der die Macke hat. Festgelegt wird gut und böse, normal und nicht normal und so weiter. Nur zeitlich begrenzt, örtlich begrenzt von irgendeiner begrenzten Gruppe. Nicht beschränkten Gruppe. Und bei uns ist es bei einigen Dingen die gesamte Welt, die Sachen beschließt, bei anderen Dingen nur Länder und so weiter und so fort. Das kennt man ja alles. Nur um das nochmal zu sagen. So weit, so gut. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich komme jetzt gleich an einem Flugplatz vorbei und ich glaube, ich kann nicht mit dem Teil da hinlaufen. Das sieht echt aus wie eine Waffe von weiter weg. Als hätte ich so ein Maschinengewehr mehr dran. Deswegen, wir sind ja eh durch, ziehe ich das Teil jetzt mal ab, stecke sie in den Rucksack und spaziere dann ein bisschen weiter, mache noch Pokémon Go an, verstehe ich. Mir hat es auf jeden Fall jetzt schon mal richtig Spaß gemacht. Also es ist echt saugeil. Macht voll Bock rumzulaufen und mit euch zu erzählen. Es ist wahrscheinlich sehr ausschweifend und auch lang, aber bei den Podcasts war es ja bis jetzt immer so, dass ihr echt gefeiert habt und gerade wenn sie länger waren, habt ihr euch gefreut. Ihr macht euch das an, irgendwie zum Schlafen gehen oder so, keine Ahnung. Und deswegen sollte die Länge auch kein Problem sein. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt auf jeden Fall, wie gut das Video war und wie ihr von der Sache denkt. Ciao, ciao.